hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zu dieser eine flash ausgabe heute am sonntag dem ersten august 2021 heute haben wir wieder interessante themen für euch unter anderem rund um die zweite staffel von magia record neue informationen zu jahe sama sowie zu my hero akademia und vielen weiteren interessanten themen also lasst uns loslegen durch ein eintrag auf der webseite des spin-off anime magia record puela magi maduka magica side story wurde bekannt gegeben dass die zweite staffel aus acht episoden bestehen wird die zweite staffel von magia record die den vollständigen titel magia record puela magi maduka magica side story season two the eve of awakening trägt startete am gestrigen samstag im japanischen fernsehen wakanim zeigt die neuen folgen fortan jeden samstag um 18.30 im simukast die fortsetzung entsteht erneut im studio chef bei dem geckikan ino curry wieder die position des shift directors übernimmt und außerdem für die seienkomposition verantwortlich ist passend zum simukast start der serie the great jahe will not be defeated wurde durch einen eintrag zum japanischen discrelease bekannt dass der comedy anime aus insgesamt 20 episoden bestehen wird die erste episode seit gestern abend im originalton mit deutschem untertitel beim streamingdienst crunch hole verfügbar der great jahe will not be defeated wird unter der leitung von regisseur mirai minato dem regisseur von der missefit of dem king academy im studio silverlink produziert auf dem offiziellen twitter account der anime adoption von my hero academia wurde verkündet dass die fünfte staffel in der nächsten woche eine pause einlegen wird bei der 19 episode geht es somit erst am 14 august diesen jahres weiter die pause am nächsten samstag ist der berichterstattung zu den olympischen sommerspielen diesen jahres geschuldet als kleines trost pflaster soll zur üblichen zeit ein webspecial veröffentlicht werden mit dem man den start des dritten kinofilms sowie den höhepunkt des andyra agency arcs feiert bereits im mai diesen jahres haben wir darüber berichtet dass sich der publisher kassem anime die lizenz an der serie der graf von monte christo ganko zu gesichert hat nun enthürte der publisher die finalen details zum deutschen disk release das erste volume das die ersten acht episoden beinhaltet erscheint am 12 august als digipack im slipcase als extra gibt es zwei art cards ein poster sowie diverse video extras das zweite volume das am 16 september veröffentlicht wird umfasst die episoden 9 bis 16 und enthält neben einer art card und diversen video extras auch den offiziellen soundtrack zur serie das abschließende dritte volume dass die episoden 17 bis 24 auf deutsch und japanisch beinhaltet erscheint am 21 oktober mit einem sammelschuber der platz für alle drei volumes bietet sowie zwei art cards einem 32-seitigen booklet und video extras das japanische animation studio geek toys gab am freitag bekannt dass das taiwanische rollenspiel franchise phantasial sango eine anime umsetzung erhalten wird die bereits im oktober diesen jahres im japanischen fernsehen starten wird der anime der den titel genzo sangoku shi tenken rei shinkiel trägt entsteht unter der leitung von regisseur jonsuko mashatani im studio geek toys der erste videospiel ableger des phantasial sango franchises wurde im jahr 2003 veröffentlicht der fünfte und gleichzeitig neueste teil der reihe die sich mittlerweile über zwei millionen mal verkauft hat erschien im august 2018 für den pc über steam in der neuesten ausgabe der anime zeitschrift animania wurde angekündigt dass sich der publisher leonine anime die lizenz an dem anime film happy go lucky days gesichert hat und diesen hierzulande ins kino bringen wird der kinofilm soll nach aktueller planung im rahmen der kasse anime nice in den deutschen kinos zu sehen sein anschließend folgt eine diskveröffentlichung konkrete details wie etwa der termin oder information zur synchronisation gibt es bislang noch nicht der 54 minütige film wurde unter der leitung von regisseur takeo sato im studio liedenfilms kyoto produziert in knapp einem monat beginnt kasse anime mit der deutschen diskveröffentlichung der comedy-edgy-serie wall love mittlerweile stellte der publisher auch das design des sammelschubes vor schaut richtig gut aus oder war love erscheint voraussichtlich ab dem zweiten september diesen jahres als limited edition auf dvd und blu-ray das erste dicke pack volume das sich in einem sammelschub befindet beinhaltet dabei die ersten vier episoden auf deutsch und japanisch das zweite volume folgt dann am 4 november diesen jahres bevor das dritte volume noch am 2 dezember diesen jahres in den deutschen handel kommt die anime serie setzt die gleichnamige manga reihe von ryosuke asakura um und entstand unter der regie von takashi naoya im studio hoods entertainment auf der offiziellen webseite der anime umsetzung des boy loves mangas dakaichi my number one wurde angekündigt dass der film am 9 oktober diesen jahres in die japanischen kinos kommen wird dakaichi my number one the movie in spain setzt den titel gegen den spain arc der originalen mangerei von hachiko sakurabi welcher seit 2014 publiziert wird und bislang sieben bände umfasst in animierter form um naoki tatsuwa der regisseur von nisekoi übernimmt dabei wieder die regie im studio cloverworks welches bereits für die serie zuständig war im september beginnt klasse anime mit der deutschen diskveröffentlichung von der quintu shenshu quintu pets passend dazu wurden nun erst die details zur deutschen fassung enthüllt für die deutsche umsetzung zeichnete sich demnach das studio oxygen sound studios gmbh aus berlin verantwortlich diese wurde bereits für die vertonung von anime serien wie dr stone kagio sammler office war real life und re zero beauftragt der quintu shenshu quintu pets kommt voraussichtlich ab dem 2. september als digi pack im schuber auf dvd und blu-ray in den handel das erste volume beinhaltet demnach auch die ersten vier episoden auf deutsch und japanisch sowie eben den sammelschuber das clean opening und ending als extra das zweite volume folgt am 4 november und das dritte am 2. dezember diesen jahrs unter anderem sind nicole hanak als itsuki lisa brown als ichaka und jiovanni winterfeld als miku zuhören jazuhito nogi startete toaro machuzo no index gaden to aho kagoko no mental out einen neuen manga spin off von katsuma kamachis ascent and magical index light novel serie auf kato kawaks comic newtype webseite am dienstag im mittelpunkt des mangas steht misaki shoko ho eine wichtige figur im spin off von ascent scientific ray gun der in decknahme und bewusstseinskontrollen die kraft als mental out bezeichnet wird nogi zeichnete zuvor den spin off manga ascent scientific ray gun astral buddy dieser manga konzentrierte sich auf hokase yunko der ein anhänger und verehrer von misaki in ascent scientific ray gun ist das war sie die eine flash ausgabe für diesen sonntag dem ersten august 2021 ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja gibt den ganzen daumen nach oben kommentar in die kommentarbox und abo wäre ebenfalls cool wenn ihr es noch nicht getan habt gibt dem ganzen da noch ein abo damit ihr kein video mehr verpasst aktiviert dann auch die glocke wir sehen uns als nächstes mal wieder bis dahin macht's nicht gut macht's besser ciao eine die Untertitelung des ZDF, 2020